Die Sozialleistungen heutzutage für diese sogenannten kleinen Leute, die sind doch so groß wie nie. Die sind so groß wie nie, das ist völlig richtig. Man tut auf den ersten Blick sehr viel, aber man hält sie im Grunde ruhig und teilweise auch dadurch vom Arbeitsmarkt fern. Weil der Versuch des Hocharbeiten ist in einem Wettbewerbssinn schon möglich. In einem Wettbewerbssystem, wenn man die Chancen hat, in einen beruflichen Einstieg. Und die Hürden sind immer größer geworden, auch Ausbildungshürden. Für viele Berufe muss man ein Abitur haben und mehr. Das heißt, die kleinen Leute, ein Tüchtiger, wenn man so will, kann sich viel schwerer in das System integrieren. Es wird ihnen immer mehr erschwert. Das führt dazu, dass die Mittelschicht auch tendenziell abrutscht und Probleme zunehmt. Und es wird ihr versüßt eigentlich auch durch die Sozialleistungen nach wie vor. Man kann von Stütze leben. Man kann von Stütze leben.